Sie bekommt keinen Bonus dafür, dass sie 500 Millionen Jahre älter ist als wir. Wenn die Qualle schön ist und im Aquarium leuchtet, werden die Kinder lachend auf sie zeigen. Doch wenn sie sich zu nahe an die Küste heranwagt, wird ihr Körper die Anmut verlieren und das Wasser. Sie könnte ewig leben, haben Forscher herausgefunden. Ihr Lebenszyklus ist irgendwie fantastisch und sie ist wie wir, lebendig. Als sie an jenem Tag strandet und auf dem zu heißen Boden liegt, pulsiert sie noch. Einige Stunden könnte sie hier trotz allem überleben. Und wenn jemand sie innerhalb dieser Frist zurück ins Meer wirfe, so würde sie einfach davon schwimmen. Giovanni, der Bademeister, geht im aufrechten Gang über den Strand und flucht. Schon wieder eine. Unrechtmäßig hat die Qualle den Strand betreten und belästigt die Badegäste. Mit seinen ausgeformten Säugetierextremitäten schaufelt er einen großen Berg von Sand auf das lästige Lebewesen aus dem Präkambrium. Untertitelung des ZDF, 2020 www.säugetierextrem homicideone.de www.säugetierextrem www.säugetierextrem Untertitelung des ZDF, 2020